Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Demo, ist mit dabei 85 Wetter und ein David und ein kleiner Wurf. So, ja, letzte Folge, die Todesfolgen, deswegen schäme ich mich auch, mein Skin reinzumachen. Deswegen laufe ich gerade mit Davids rum. Den, äh, ja, da macht immer noch nicht die E-Bund-Busse und die Busse oder was? Bin unproduktiv. Hä? Bin ganz unproduktiv genug. Oh, ich hab doch, du machst den Scheiß. Oh, wie sie macht. Mann. Das Scheiß so laufen, ey. Äh, du musst es halt selber machen, ey. Importbus. Okay, der Dinger, hör mal. Wir brauchen nur noch eine, eine ganz dicke Pisten. Ja. Das sind die zwei, oder? Äh, 44. 44. Jawohl, das sind die. Du musst eh nicht mehr viel machen, du musst eh nur noch einen klebrigen Kolben herstellen. Wir müssen doch gar nicht machen. Ich weiß. Ja, und was ist das Problem jetzt mit? Ja, und das kann ich jetzt sehen. Okay, ich hab nicht gefunden. Okay. Ich hab dir die zwei Sachen reingelegt, dass du eh was du brauchst, gell? Oh, kurz. Haben wir überhaupt Slime? Aber diese Festung ist dafür echt riesig. Bestimmt, bestimmt. Äh, Sticky Pisten brauch ich noch. Ja, dann mach doch einen. Ah, ist das kein Problem? Ah, das ist kein Holz, oder was? Gut, 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 irgendwie auch. Nein, hier ist noch ein, ich kann ein Sticky Pisten herstellen. Dann stell dir kurz ein Sticky her, und ich mach dabei. Da. Warte, ist doch noch ein zweiten Pisten, wenn wir hinterher oben noch einen. Irgendwo in einer Kisten. Oh, die Dinger brauchen jetzt auch schon eine E-Karte. Yoshi, kannst du mir ein, äh, kurz, kleines, äh, kannst du ruhig weitermachen, aber du müsstest mir mal ein paar Sachen erklären. Ja, dann schieß los. Bei der Smeltry. Ja. Möchte ich einen Stab herstellen. Ja. Einen robusten Stab. Dann wende dich am Wurf. Wurf. Ich möchte einen robusten Eisengriff herstellen. Äh, 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 ich, ich, äh, hä? Warte kurz. Ja, jetzt. Jawohl. Das ist knapp, das ist knapp, das ist knapp. Ja. Also, äh, du brauchst, du brauchst, du brauchst erstmal, äh. Eine Gussform. Ja, genau. Ja, erstmal eine Gussform. Du brauchst erstmal ein aus, 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 aus. Gold. Gegen dein Material, mit dem du's gießen kannst. Null. Also ich hab jetzt Gold und Eisen, hab ich jetzt dabei. mehr als ein ein bisschen was das selber war da wird und wir haben gut okay bis zu uns passt abläuft schon und aber das sieht ja nicht rein sowas nicht jetzt kann dann können wir uns führen den Ofen der Bruch mit zu den Expo kurz ein expert export zu sehr normaler Pflichten und das Ding ist auch schon da drin das komplizierte Ding was sei wenn das jetzt was so bei der Aus ein bisschen auch nehmen E-Mail und Kaube für eine Festung gefunden was mitten in die Binden beim Bienenstock ist ja ich hasse die Viecher langsam okay du musst es nur ein bisschen herstellen und das eine Ding ich hab doch zwei Teile reingesetzt von denen was für ein Bus brauchen wir jetzt ein Import Import Export äh 3 auf was passt noch David ich versuche Holz zu craften was nicht funktioniert das ist doch Holz funktioniert aber nicht irgendwie warte da hole ich von oben richtiges ah ich hab da richtiges Holz hier da gut was enthält 16 von 16 hin irgendwie fühle ich mich dezent verheiratet momentan von der aber da muss man größeren da muss dann so eine Karte reinmachen dass er alle Pusse dann machen kann oder die Musik gibt auf die Eier er wusste es direkt bei uns in der Nähe nur so 400 Blöcke entfernt circa eine Niederfestung ist an sieben auch nicht okay das war es jetzt Hilfe oder Prozent eigentlich nicht ich muss mein Kopfschmerz bekommen alles weiter kommt ich wollte erst mal einen Rucksack machen also da hast du ein E-Kabel hingesetzt okay äh haben wir jetzt auch keinen Koppelstall mehr na doch Koppelhammer 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 aber immer immer alle ist es bin nämlich Gründer war erheben in der Saison voraufs x klicken ja du in der Welt wurde So, und das muss er aber irgendwie diese Erweiterungskarten dahintun, oder nicht? Aua. Ruf. Irgendwann rät es einfach. Ehrlich. Kann ich nicht. Das tut mir eh. Ach, wieso? Anime? Ja. Ich würde gerne jetzt so einen robusten Griff herstellen. Was brauche ich dafür? Also erstmal Schablone dafür herstellen. Äh, was kommen da für Dinger rein? Für Karten? Nein, da kehren Karten irgendwo an der Seite rein. Du kannst ja jetzt noch ein... Ja, da gehört eine Erweiterungskarte. Erweiterungskarte? Kapazitätskarte, oder? Denke. Ach, du Scheiße. Das kostet. Yoshi, au, au, au. Das wird teuer. Bravo. Reiner Kristall wieder. Reiner Kristall. Ja, aber wie... Welche... Welche Ding ist denn das? Äh... Welche Karte ist denn das? Karte, fragst mich jetzt. Ich habe mich mit dem neuen MI ja nicht heraus. Ich dachte, das ist die Kapazität jetzt ME-Inpus 2. Aha. ME-Speicher-Bus 5. oder... oder... ME-Express-Bus-Fühlstand-Ermittler-Schnittstelle. Nein. ME... Nein, nein, Redstone-Karte. Vielleicht die Storage-Karte. Also ich vermute, dass sie 41, 34, 27 ist. Ja, die vermute ich auch. Dann stellen wir einfach eine her. Eine zu teuer. Ja, geladen der 13, brauche ich jetzt 13. Was sind die ganzen Truppplatten? Immer 13, reiner. Eine mehr? Ja? Ich habe jetzt eine Schablone mit dem robusten Griff. Also robuste Griffschablone. Okay, du gehst jetzt zum Smettering. Äh, hast du nur irgendwo die Karte? Gut, das ist eine Holzschablone, oder? Ja, wir haben schon klingt, ja. Oder warte mal, du musst erst der Holzschablone erstmal ein Stück machen daraus. Jetzt mit der Schablone machst du erstmal, du müsst dir irgendein von den Geräten, müsst ihr daraus ein Stück Holz dann drucken. Lauf mal. Geht nicht. Das Stück Holz musst du dann... Das können wir dann nachher nochmal klären. Okay. Okay, Leute, das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.